Noch tiefer Noch ein bisschen tiefer bitte Schmück einfach mal so schnell mit Schachtel Zigaretten und dann Ich bin nicht Raucher Ja deswegen ja Das ist gut für die Stimme Es gibt Männer, wir haben eine hellere Stimme Dann beiß ihn den Käfer Kann ja auch einfach sein, dass du noch ziemlich jung bist Stimmbruch ist noch nicht Ja der kommt bei mir auch noch, der Stimmbruch Irgendwann Wenn ich dann endlich volljährig bin Oder so Ähm Ich möchte anmerken Dass ich wahrscheinlich der Jüngste hier in diesem TS bin Kommt drauf an wie alt bist du Ich wurde im letzten Monat 14 Ja ok War ich auch einmal Ja Ich war auch schon mal 14 Das waren noch Zeiten Als man noch 14 war Ja Darf ich ja Taschengeld haben Als man noch 15 war und sich vor Mami und Papi versteckt hat zum Rauchen Ich rauch doch Ja das ist ja auch krass Wo wir so 14 waren Da haben wir uns im Busch gesetzt und uns gefreut Und durch 5 eine Zigarette geraucht Heute stellen die sich halt einfach an die Straße und ist halt so Ja Ja das waren noch Zeiten Und heute weißt du noch heute sitzt in der Kirche mit Mutti und Vati Und sass Na wie gehts euch Ich muss hier Ich muss hier Ich wollte ja auch noch eine Zigarette sagst du aber ne Ich würde begrüße ihn nochmal Entschuldigung Jaja So Mama ich mag in die Disco gehen Mama ich mag in die Disco gehen Und heute ist das kann ich mal euer Auto haben Ach das waren noch Zeiten Mama du müsstest mir vielleicht Alkohol trufen Bis Wochenende Ja genau Mami verlass die Wohnung Meine Freundin kommt Oh Ja Episch Unerklärlich episch Unsinnbar episch Wahnsinn Wer hat denn jetzt grad die Erfolge gekriegt? Ja Warte dann Ein Tor Toll Ah da hinten steht ein Blinktron Aber das ist der Falsche Hat irgendwer den neuen Blinktron Den er stellen kann Möchte ich wieder im Zwischen Äh wieso? Gibt's zwei? Ja einmal Blinktron 4000 Einmal Blinktron 5000 Naja das wusste ich aber machen Das ist voll zu groß Nochmal bitte Damit hab ich gerade geleckt Oder du hast geleckt Naja Gut Mach das Mach das Was Geht Ja da ist ein Unterschied Ähm der Blinktron 4000 4000 hat halt noch die ganzen MOP Sachen Haben die's inzwischen geändert? Beim Blinken 4000 kannst du dich feiern lassen Dann wirst du verwandelt Ja das stimmt Weiß auch dass der Blinktron 4000 Mount enthalten kann Oh Haben wir Ist Funni im TS? Wer im TS? Funni Fanny Ja Ja Wir haben gerade überlegt ob wir dich einfach rüber stopfen Zu den Frauen? Ja Ne zu den Frauen Ne zu den Frauen Ja Zu Daniel Zu den Haaren Zu Daniela Daniela Ja aus Ah guck mal Bando hat mich gerade angeschrieben Ich soll wieder zu ihm kommen Er hat Kekse Nein Nein geh nicht dahin Bitte Ich hätte gerne zwei Heiler Ich mag einfach zwei Heiler haben Bitte Wer von euch beiden bezahlt mir denn mehr? Also wenn du bloß bei mir bleiben wirst Weil ich dich zahle dann geh Dann kann ich dich nur aufhalten Ich hab Bando auch gerade gefragt Wer von euch beiden zahlt mir mehr ne? Also ich kann dir äh 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 materielle Dinge kann ich dir anbieten Ich kann dir bloß mein Dank äh Liebe und Luft anbieten Wenn dir das ne reicht dann Also Bando hat gerade echt ein gutes Argument gebracht ne? Was hat er denn angeboten? Bando hat geschrieben Erst wo müffel wenn er nass wird Das ist nicht falsch aber ich müffel nicht wenn ich trocken bin Das heißt hältst du mich trocken dann müffel ich auch ne? Ähm Ja Außerdem müffelt Daniel immer Wieviel sind denn bei Team Bando? Also die sind jetzt zu neun äh äh zu zu siebend Wir sind jetzt quasi Ja komm Weißt du weißt du weißt du ich schwenk ich schwenk da rüber Nein 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 Doch ich spiele ich spiele ich bin eigentlich ich bin ich bin Team Bando Es tut mir leid Okay Aber kommen wir niemals angekrochen Hat er rausgehauen Die die Loyalität ist weg ne? Ja ich werde ich Ja ich werde euch jetzt leider verlassen Ne ist okay äh Ne ist okay äh Ja ich bin weg Ja ich bin weg Kannste nichts sagen also unloyale Leute brauchen wir eh ne? Ich würde sagen Main Target ist jetzt einfach äh Kantine ne? Ich bin mal kurz 7,3 Sekunden weg Vielleicht auch 7,4 Eins Zwei Zwei Vier Zwei Mh Es ist mittlerweile so einfach die scheiß Berufe hoch äh Berufe Ja doch Through Sky Ab Legion darfst du wieder klopfen gehen Ja deswegen versuche ich gerade alles so schnell ist wie möglich alles hochzubekommen Na klar Und äh es gibt keinen äh Rede? mehr beim Klopfen, weil es kann sich ein zweiter dazustellender mitklopfen. Okay. Also du musst nicht mehr, wenn das abgebaut ist, wieder warten, sondern du kannst auch mitmachen, sofort mitmachen und bekommst auch die Ressourcen. Oh, mein ganzes Winter voller Ringe. Äh... Erstmal verkaufen gehen. So, da bin ich wieder. Bibi. Und es geht wieder los. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Oder was versuchen wir zu halten? Vielleicht ein Jäger zuerst, dann dann durch. Also im Prinzip wäre wirklich bloß einer Hof. Erstmal. Hm. Ich überlege halt grad auch mal versuchen, Schmiede. Ich weiß es nicht. Wir sind Cowardel. Ja. Also auf jeden Fall haben wir eine Jäger dabei. Noch? Ne. Doch. Na 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 na. Geht am besten erstmal hoch, auf jeden Fall zum Sägewerk. Hm. Alle haben heute Zeichen, aber ich hab ihm alle Zeichen bei mir. Hm. Ich auch. Bei mir selber. Ähm. Also als Überläufer. Nicht genug Spieler, da spielen wir in 5 Minuten geendet. Was? Ja, steht drin. Oh ja. Gute Zeit. Schaffen wir's in 5 Minuten. So hab ich Kite verloren. Ah klar. Müssen wir mal verfügen. Gewinnen. Schaffen wir das nicht in 5 Minuten. Hm. Wollen wir eher Schmiede oder eher Goldmine versuchen? Ich höre. Auf was kommt sie denn genau an? Wie bitte? Auf was kommt sie denn hier genau an? Äh, einfach die Basis einnehmen und halten, so lange wie möglich. Okay. Okay. Ähm. Ich würd sagen... Goldmine. Und dann Mitte. Ja, machen wir's doch. Wir nehmen erstmal Gold... Also machen wir Sägewerk, Goldmine und gucken was in der Mitte wird. Ja. Ich geh den Hof jetzt erstmal nicht oder doch? Oder wie? Wie bitte? Der Hof jetzt erstmal doch nicht oder wie? Ja klar. Hofen muss getappt werden auf jeden Fall. Ähm. Na, ich bleib beim Hof stehen. Tapp den schnell und geh dann mit runter zur Goldmine. Nanana geht auf jeden Fall nach links. Ansonsten Isabella links. Jenerer am besten guck mal hoch Säge. Na, das geht mal nach rechts und dann guck mal was... Ich soll Säge rauf gehen? Ist das richtig? Ja. Okay. Ich geh dann auch mit zur Säge. Ich geh bloß schnell in den Hof tappen. Alternativ nimmt jetzt Kite ins Männchen erst ein. Gut, dann geh ich mit runter. Du wolltest in den Hof tappen, glaub ich find das ein bisschen schwierig, oder? Ja. Ach, Moment. Ah, ne. Hm. Ich weiß nicht wo der Gedanke führt, aber klar, wir sind ja auch der Hof sowas. Gerade kurz das gegnerische Hauptportal. Ja, hier gehen Schmiede. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn die Schmiede gehen, kommen die bestimmt gleich durch zum Hof. Hm. Hm. Ja, die haben Schmiede eingenommen. Hm. Kommt schon wieder. Äh, wie viele? Schafft ihr das? 12 Tiere. Denk mal... Wir sind jetzt zur dritten in der Mine. Ein ganz wichtiges Kings-Ansagen, ja? Wo jetzt wirklich welche reinkommt. Äh... 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 Das... Das Stall. Noch einer. Na, na, rumgeschmissen. Einer kommt. Einer kommt Richtung Gold-Mine. Und. So reden wir den Magen. Im Selgewerg, schafft ihr das oben? So eine Flenzielle, so eine Flinke. Hier ist der Priester. Da kommt noch einer rauf, ja. Jäger kommt rauf. Ja, der Endraff. Ich hole mir den Jäger. Oh, witz. Die kommen alle zu. Geil. Er ist die Gewehr. Wenn vielleicht einer hier noch kommen könnte. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die Stelle einnehmen könnt, mittlerweile unten bei der Goldsliebe, oder habt ihr auch Kratz? Stelle. Stelle. Ja, Schmiede stehen halt welche. Ich weiß jetzt noch, im Stall steht halt, steht bloß einer, wie ich das von hier sehe. Ja, ist noch einer. Ja, dann geht mal den umbörsten. In der Schmiede steht... Zwei, drei. Nein, ja. Durch meinen Stall weg. Jetzt ist die Panamina. Ich bin tot. Ich bin hinter dem Sägewerk. Haben wir gleich. Fünfzehn Sekunden. Zehn. Ich bin hinter dem Sägewerk. Oh, ich bin jetzt am Hof. Ja. Hoffen, dass wir einen Stall kriegen. Noch mal 15 Sekunden. Noch mal 15 Sekunden. Wie sieht es beim Stall aus? Da sucht ihr mal zu Stun. Leicht. Bei einem Pre-Stat? Eins. Habe angenommen. Zwei Mangen Richtung Säge. Ist das ok? Oh ja. Die Soja. Wenns auskommt. Da ist doch die Kantine hier hinten. Hm. 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 Die Ställe sind wieder eingenommen. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil die drei Bars sind. Ja. Einfach noch mal versuchen Stall. Okay, dann kommen wir zum Stall. Stall ist Soja, also die müssen wir schon wirklich börsen. Ja, der Stall ist wie hier. Stall. Oder was wäre jetzt die Frage? Ja, bitte. Wenn beide Goldmine reichen, dann wollen sie Alphard. Ich glaube einer muss bei Alphard bleiben. Nur damit scheitern. So, Antina ist tot, glaube ich. Ich weiß nicht, dass es bei der Schmiede wäre. Ja, okay, beim Stall steht auch, ja. Ja, da ist Soja. Und... Soja. Kill die anderen. Oh, okay. und. Ich bin noch ein thyroid. Oh! Tö testet. ерief ist doch mal bei uns, ja.